Oh, ich muss was essen. Ja, mach mal. Ich muss auch essen, trinken. Oh, ich hab nicht mehr viel. Kann sein, dass die Reise zum Airfield ganz schön viel essen und trinken gefordert hat. Könnte hinhauen. Sollen wir jetzt in den Haus abgucken hier? Ja, großes Haus. Müssen wir aber aufpassen, wie gesagt. Weißt du, wo wir vom Balkon da oben aus einen Zombie geholt haben? Ja, Mann. Hey, lol. Pascal? Martin. Hallo? Bin ich noch da? Bist nackig. Bin rausgeflogen, Alter. Bist nackig bei mir. Bin rausgeflogen. Warum? Weiß ich nicht. Warum bin ich einfach rausgeflogen? Warte. Warte, komm. Ja, toll. Warte. Das muss ich. Ach. Ich darf doch nicht die Serverlisten zeigen, Alter. Oh. Alter, geh niemals mit dem Hochhaus die Leiter hoch, Alter. Warum? Das sah so aus, als wenn ich gerade wieder runterfliege. Wo ist der Pool-4-Server? Du bist draufgeblieben, ja? Du stehst immer noch da unten. Quatsch. Erzähl keinen Scheiß. Soll ich mal auf den Typen da schießen, der da steht? Nee. Auf keinen Scheiß, Alter. Du bist vor den Wrack rausgeflogen, ne? Glaube. Hinter dir war ich. Johnny? Ja? Es sind 20 fucking Leute auf dem Server. Mach mal hin, ey. Ich bin ja unterwegs. Ich bin joining Server. Pascal, bei mir ist die Folge nicht ganz so lang. Musst du nachbearbeiten. Ich wollte nicht gerade die Liste zeigen, weißt du? Mhm. Hast du eigentlich auch gerade über den Server geredet? Weil meine Aufnahme läuft, ja. Pascal? Ja? Kannst du ja da die Taunt-Datei nehmen und so? Oh, wie? Oh, nein. Tollige. Geilste Typen ever. Weißt du? Du willst das dringend weghaben? Dass keiner das sieht, aber redest in meiner Aufnahme dazwischen über die Server. Bin wir da. Guck hinter dir, was hinter dir steht. Was ist da? Siehst du den Spieler nicht? Ich stehe hier oben. Ah. Und hinter dir ist ein Spieler bei mir. Wo? Nackig. Echt? Ja. Bisschen tot. Nein, Mann. Sonst ist nachher deine Identitäten, dann bist du tot. Meinst du, das bin ich, der da steht? Nackig? Der Stand ist ja vorher nicht da. Komischer Scheiß, Alter. Hast du hier schon alles durchgesucht? Hey, man kann ja von oben auch rein. Hast du erste Stationen schon alles abgeguckt? Ich war noch gar nichts dran. Ich bin erste Dings drin. Okay. Man kann auch von oben reingehen, Mann. Oh, cool. Hopp. Das sind deine Steps, ne? Ich denke, ja. Ich hoffe auch, dass es deine Steps sind. Nämlich ziemlich creepy, wenn man Steps hört. Ja. Hier ist ein Slowpack. Oh, man hört die auch permanent, ne? Mhm. Boah, ist das eklig. Da lagst du. Es kommt gleich etwas. Da lag doch was. Oh, ein Mortal. Was? Da lag was, aber es wird mir jetzt nicht mehr angezeigt. Weggespawnt? Keine Ahnung. Hattest du wieder Glück, ja? Boah. Boah, hier warst du bestimmt noch nicht, oder? Nein. Peace. Survival Knife. Brauche ich nicht. Hier liegt nichts. Gerade. Hier. Ah, ich bin auf dem Balkon, wo wir letztens waren. Okay. Hier. Ja. Ein Auge hier habt. Ah, fuck. Was? Gifst du. Hier kann man aber auch perfekt von dem Haus alles beobachten, du. Ja. Alter. Ach, kann man hier noch hoch? Da kann man runter. Und hoch? Ja. Lauf grad hoch. Was ist denn da oben? Man kommt ja wahrscheinlich zum Dach, oder? Ja, ich bin auf dem anderen Dach. Hier kann man eigentlich sehr gut abgucken. Guck mal, ob Spieler kommen. Ja. Guck mal, da hinten waren wir zum Beispiel noch nicht über den Parkplatz hinaus bei den Zelten, ne? Nein. Schaut mal ein bisschen Ausschau und Spielern. Ja, auch. Ich vermute, die meisten werden noch auf dem Airfeed wahrscheinlich sein. Das sind 20 Spieler drauf. Ich find da waren... Also 19 Gegner. Ich find da waren... Pinecrisst mir ja los. Ja, ja, klar. Aber eigentlich müsste Airfield so... Das Dillste sein, ne? Laut Daisy und so alles. War das ja auch so. Oder wir sind einfach blind. Und... Lass mal runter. Ja, ich auch. Ach, hier kann man auch runter, oder was? Nee, hier kann man nicht drüber. Guck mal. Bist du drüber? Da kann man nicht drüber. Ich bin echt nicht drüber gekommen. Du musst anlaufen und zack. Genau. Wie gehst du denn hier runter, Alter? Loy. Hast du das gesehen? Das sah aus wie Glitch, Alter. Ich hab die Leiter gerade benutzt. Ja, du drehst dich einmal im Kreis, ne? Ich hab mich einmal gedreht im Platz. Um meine eigene Achse. So klettert man heutzutage Leiter runter. Ja. A la Polter. So klettert man bei Tern. So. Johnny, wollen wir da hinten hin zu den Zellen? Ja. Gehe extra an der Mauer entlang. Falls Schüsse kommen, kann ich mich ja hier so ducken. So. Huh. Lötig die Mauer. So gerufen Band, Alter. Bats. Da musst du dir so einen Punch-Sound reinhauen. Putsch. Weißt du? Putsch. Fatality. Ich... Cut, 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 cut. Ich geh hier rein. Ich geh hoch in die Machtform. Okay. Hier liegt ne... Get 870 Tactical 12 GA. What? Ich glaub eine bessere Shotgun als du hast. Ich schau mal einmal. Hier an der ersten... Erste rechts. Erste rechts? Okay. So, wo liegt denn die... ...hinten auf dem Schrank, hinten links, so. Aha, okay. Ah, das ist die gleiche, die ich hab. Okay. Aber ich guck mal einmal was. Ja, weil die sieht ein bisschen anders aus, finde ich, oder nicht? Ja, die sieht genauso aus, Alter. Okay. Wo ist meine hin? Was, Kai? Ja. Wo ist meine hin? Hier liegt ein Swift-Gorgel-Slug. Mich verarschen. Ich nehm dir das Paket mit. Ich hab meine... Wo ist meine Pumpgun? Weg, Alter. Weg. Die da... Das ist die alte. Da waren... In der anderen waren meine Schüsse drin. Hier liegt doch eine. Ja, das ist... Das ist die neue. Da sind aber keine Schüsse drin. Meine ist weg. Die ist weg. Nice. Vom Spiegel geklaut. Ich glaub... Glaub es nicht. Ich mag gegen treten, Alter. Ich hab aber hier nur eine Munitionpackung. Wo? Ja, nice. Wenigstens ein Schuss. Ja. Eiskalten Schuss geklaut, Mann. Naja, drei Schüsse oder so. Ja, drei Schüsse geklaut. Kacke, Alter. Warst du hier drüben schon? Nein, auf der Seite war ich nicht... Ich dropp nie wieder was in solchen Häusern. Geh mal vorne raus. Vorne raus? Immer wenn du Sachen droppen willst, geh am besten vorne raus. Ja. Wo bist du jetzt, Johnny? Ach, da bist du. Ja. Hast Chemlights? Alter. What the fuck, Mann. Noch auffälliger geht's nicht. Ne. Da sind die Spiele. Ich sag ja, wir werden sterben. Hier. Weil du die Waffen nicht mehr hast. Ich hab doch noch zwei Schüsse in der Revolver. Das reicht für einen Jungen. Ja, musst du auch treffen. Ja, klar. In meinen anderen hab ich auch getroffen. Der stand ja auch mit der Frau. Weißt du noch? Hm. Den einen, den wir nicht vertraut haben? Ja, stimmt's. Guck mal die Kleinstelle ab. Wo bist du da? Bei den Großen. Ich guck hier die Kleinen ab. Tomato Juice. Police Betten. Brauche ich nicht. Machst du Steps? Ja, Mann. Okay. Ich glaube jedenfalls. Das war aber eine Pflanze. Das ist auch so, dass ein Spiel vom Berg runtergelaufen ist. Echt? Ja. So, haben wir alles? Ich guck mal. Ich guck mal weiter. Hier hoch auf den Berg und dann aussichtspunktmäßig abgucken. Hier war schon nichts dran. Ach, da war es noch. Die Eier aufheben. Hier ist auch noch was. Eine Smite. Elektrical Parts. Keine Ahnung, wozu das wohl gut ist. Crafting-mäßig halt. Ja. Okay. Wir haben die große Flugzeug gedöhnt. Warte mal, ich guck mal auf den Turm, ne? Ich mach von hier oben mal Sichtkontrolle. Ich geh rein. Guck, ob irgendwelche Taschenlampen gucken. Ich geh mal rein, ne? Ich geh mal rein, genau. Oh, deine Camlight sieht man übel. Ja? Ja. 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 Oha, ich muss aber genau hingucken, um dich zu... Jetzt sieht man dich perfekt. Johnny? Ja? Ja? Da hinten ist ein Spieler bei den weißen Häusern. Unten? Oh, mehrere. Zwei. Zwei Spieler. Weiße Häuser. Da, wo wir drin waren. Zwei... Weiße Häuser. Da sind überall Lichter. Oh mein Gott. Ja, ich seh. Taschenlampe, ne? Das sind überall. Überall Lichter. Wir müssen auf jeden Fall zusammenkommen. Johnny, ich bin ja noch auf dem großen Wachtturm. Ich komm hoch, ich komm hoch. Komm hoch, komm hoch. Ich mach auch kein Licht jetzt. Großartig. Ich hab die nur gesichtet, weißt? Ja, ich hab's gesehen. Da drin die Taschenlampe, ne? War eine gute Idee, hier hochzukommen. Ich hoffe, die... Kommst du? Ja. Okay. Ich hoffe, die Camlight, die geht wieder aus. Sonst sehen die, dass wir hier sind. Ja. Die sehen das sowieso, glaub ich. Guck, Alter. Hier kannst du perfekt drauf gucken. Ja. Guck da. Da hinten sind die. Oh, ich duck mich, Alter. Ich glaub, die sehen uns. So. Aber hier vorne an den Häusern, wo ich hingucke. Warte. Ja? Da, den Häusern, war auch Taschenlampe drin. Ja, hier auch. Das sind zwei. Hinten an die schrägen, die Haus- und die geraden am Haus waren welche. Ja, schräge. Schräge und die geraden da vorne. Das sind zwei. Hab ich auch gesehen. Okay. Aber wir werden nicht sprechen. Nein. Wir werden nicht sprechen. Das hier ist Kriegsgebiet. Ja. Die will... Trinken. Die will eh jeder den Namen, glaub ich. Ist ja auch so, nicht? Ja, die kommen raus. Es sind zwei in dem Haus. Also müssen hier drei Leute sein. Oh, oh. Es ist ein Team. Es sind drei Leute. Da ist noch einer daneben. Polacken, Johnny. Das sind die bösen Polacken. Die wollen uns alles klauen. So, jetzt da sind drei Leute. Oh, Mann. Seh sie. Ja. Wie sie einfach mal mit der Taschenlampe rumrennen, Mann. Und die merken gar nicht, wie sie Hundefutter werden dadurch. Ich hab nur sechs Schuss. Sechs? Das ist gut. Das ist gut. Also ich hab an der Zahl, warte. Ich hab in meinem Rollwehr ja noch zwei. Aber der eine Spieler, der dürft ganz hinten weg. Okay. Johnny, ich kann aber nur, ich kann wirklich nur Dings machen, Mann. Ich kann wirklich nur zwei Spieler höchstens killen. Hast du gehört? Ich würd sagen, lass lieber in diese... Riesen-Container oder so hinten, in die Hangars rein. Meinst du die Hangars? Ja, da haben wir mehr Platz. Und hier ist so ein enges Gebiet. Auf jeden. Du hast recht. Warte, ich komme. Und da können wir dann auch schnell ablooten, bevor die... Weil die werden ja jetzt hier nichts kriegen. Ja, auf jeden. Geh mit gezogener Waffe auf jeden Fall, Johnny. Ja, ich lauf schon dahin. Kommst du mit? Ja, ja, ich bin hinter dir. Ich bin hinter dir. Ich guck alles ab. Ich guck, ob jemand folgt und so. Ich will nämlich vor die da sein. Ja, ja, wirklich. Ist ja so. Und wir sind vor denen da gewesen. Wir sind ja gerade bei den weißen Dingern vorbei. Die looten jetzt alles ab, wo wir ja schon waren. Ja, ja. Sollen sie machen, ne? Ja. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gesehen werden. Denn dann sind wir schnell Hundefutter, weißt? Aber ich gehe trotzdem mit den Taschenlampen so da rein. Ja, richtig. Weil ich sonst nichts sehe. Ja, richtig. Geh rein da, such da ab. Ich such da vorne. Falls ich was finde, teile ich ja eh mit dir. Ja. Hey, rein da, Alter. Wo war denn hier nochmal Loot, sag mal? Oh, bitte verarsch mich hier nicht, Alter. Wir wollen die Wichse ja töten. Ja. Hier hast du mich ja schon mal verarscht. Bist du in den großen Hangar schon drin ein? Ja, in den ersten, ja. Hier ist nothing bis jetzt. Ich nehme den zweiten. Ich nehme den zweiten. Loot schnell durch den Scheiß. Ne, hier ist echt nichts. So. Hier in den kleinen Raum nochmal gucken. Das, Huntingknife, oh mein Gott, man. Pascal, das ist ein Scheiß. Ich bin noch nicht hergekommen, um Huntingknifes zu sehen. Ich finde noch schnell eine beste Waffe für uns. Ja. Munition. Weil so, wie wir im Moment da so ausgerissen sind, wird es eher schwer. Sehr schwer. Ich habe zwei MRE-Pakete. Ich gebe dir nachher eins, ne? Okay. Die sind, glaube ich, voller Futter, nicht? Könnte sein, ja. Komplett voll. Das ist eine Headshot, Scheiße. Sieht nichts, Alter. Komm auch, ich komme auch zum zweiten Hangar, damit wir zusammen sind. Oder warte mal, ich gehe mal hier rein. Ich hoffe, die haben uns nicht gesehen, Alter. Hier liegt nichts. Einfach gar nichts, Mann. Das heißt, wir müssen wirklich mit Waffennot gegen diese Typen kämpfen. Ja. Und das ist ein Team, das wird uns zerficken. Die sind zu dritt. Ja. Ich bin vor dem großen Hangar. Wenn die selber nicht so viele Waffen haben, dann können wir es schaffen. Wenn die selber fast gar keine Waffen haben, ja. Dann gehe ich da hin, mache die mir der Axt kaputt. Ich habe das so. Zombies brauchen drei. Ja. Die Spieler hast du zwei gebraucht. Ja. Das. Get safe with Wess. Ach, Mann. Okay, Johnny. Wo bist du? Ja, ich komme. Bin jetzt vor dem zweiten Hangar. Ja. Ich komme. Da bist du, ne? Ja. Wo wollen wir hin, Alter? Wir müssen diese Dreckstypen doch weghauen, Alter. Wir könnten hier runtergehen. Da, ne? Da von hinten, wenn sie gekommen. Ja. Das Problem ist bloß, wir wissen nicht genau, wo sie stehen. Ja, lass mal hier. Aber nicht mit Taschenlampe rumlaufen jetzt, Alter. Nein. Ab jetzt ist Lüten vorbei. Jetzt müssen wir handeln. Los. Lass mal hier gedrückt gehen. Hier, ja. Hier ist gut. Läuft, wie langsam. Hinten ist ein Spieler am Turm. Ja. Zwei. Da kommt noch einer runter. Du hast zurecht. Wir haben uns nicht gesehen, glaube ich. Die laufen Richtung R-Field jetzt, ne? Ja. Ja, die Läuftschirchen. Wollen wir sie... Komm, Johnny. Wollen wir in dem zweiten R-Field-Ding tanken, äh, campen? Ja, komm. Da hinten, ne? Komm, lass da campen. Ja, ja. Lass gleich hier campen, da drinnen. Lass einfach drinnen campen. Wir ficken die dann. Warte. Wollen wir in den Pump-Garm, Alter? Warte. Guck mal. Ich sehe nix. Da ist noch keiner. Warte. Lass mal hier rüber zum Truck. Truck? Hier. Warum? Hier kann man sich gut verstecken. Meinst du, die kommen hier ran? Ja, wenn die hier dran kommen, dann killen wir die. Okay, okay. Ich vermute, die sind... Sie kommen nicht von der anderen Seite. Ich vermute, die sind bestimmt mal an den großen Flugzeug-Frag-Frag-Frag-Ton. Weil die Sicht ist irgendwie im Spiel so behindert, Mann. Ja. Gerade bei dir auch? Ja, Mann. Das ist, weil der Scheiß... Musst du einmal aufs Mausrad drauf drücken. Das ist wegen der Scheiß-Frag, Alter. Wenn du so nah ran stehst, dann ist es so gut, ja. Ach ja, auf jeden Fall. Das taucht uns unsere Sicht. Ja. Lass uns doch lieber in die große Werft, Alter. Da können wir die ficken, wenn die reingehen. Wir können uns doch da in den Busch reinsetzen. Den Busch. Ja, das ist viel zu weit weg. Ich kann nicht so weit schießen mit meiner Shotgun. Und mein Revolver weiß ich auch nicht, wie der fett zieht. Wir müssen hier so bleiben, Alter. Wir müssen so bleiben. Da, sie seh' die. Die gehen jetzt in den großen Flugzeugfrag rein. Die kommen. Pass auf, dass sie dich nicht sehen, Alter. Ich hab noch nie geschossen so richtig, Mann. Ich hab nie so richtig geschossen, Mann. Ich kann nicht sagen, wie ich schießen soll. Ja, du kriegst das hin. Du musst auf jeden Fall in der... ...Sieberperspektive sitzen. Ja, damit ich die Waffe sehe, ne? Ja, ja. Und dann schön auf den Kopf, Alter. Gib ihm. Und schön rechtsklick zielen. Sonst wird das nix. Okay, du wirst den Video auf jeden Fall im Fail sehen. Das wird nicht gut enden. Die gehen jetzt in den ersten Hangar. Ja, hätten wir uns in den zweiten Reihe gesetzt, Mann, sag ich ja. Wir können doch rein. Komm. Wir dürfen jetzt nicht mehr so viel steppen. Ab. Jetzt. Kein Steppen mehr. Wo sollen wir uns denn reinsetzen? Ich hab mich hier einfach neben die Tür verpostiert. Aber ich seh' nix. Ich höre, ich seh' gar nix. Ich steh' mich dann hier an den Trucken. Oder da... Oder an den... ...gelben Container. Okay. Siehst du mich? Ja. Okay, ich seh'... Wo bist du denn? Gegenüber. So da, ne? Ja. Das wird's eng. Hast du die Waffe gezückt? Ja. Okay. Ich ziel schon. Ich auch. Weiß nicht, wann die reinkommen. Das Problem ist, der kommt reingelaufen. Die können auch von hinten reinkommen, ne? Ja, ich weiß, aber der läuft eher von vorne rein, so idiot wie der ist. Boah, Alter, das ist scheiße, Mann. Keine Sicht, Alter. Ich hab' eigentlich ne Fährkampfwaffe. Wer'd sterben? Ich geb' auf jeden Fall alles, Pascal. Das Problem ist, der läuft rein. Ich will nicht dich anschießen. Ja, warte. Lass ihn killen, wenn er so am Auto vorbei ist. Wenn er einen von ihnen sieht, müssen wir schießen. Okay. Bleiben die, Alter. Dann braucht ihr, um den Hangar zu looten. Haben die uns gesehen? Oder gehört. Weißt du was? Nein. Ich gucke immer nach links. Okay, ja, ich manchmal auch. Ich glaub, die wissen, dass wir hier sind jetzt. Ja, ich auch. Wir hätten nicht hier reinlaufen sollen. Ja, wir hätten dann an unserem Auto bleiben müssen. Egal. Ich wette, einer hat uns von hinten gesehen. Jetzt gesagt, oh mein Gott, Leute, Leute, Leute. Hm, die sind zu drinnen, Alter. Kann sein, dass der eine jetzt von hinten hochkommt. Ja. Und dann sich die abzählen und dann zwei von vorne, Alter. Also, wenn die Munition in diesen... Das heißt, dass die ist nachgeladen, ne? Oder? Weißt? Wenn die Munition in den Kasten drin ist, im Inventar, dann ist nachgeladen, ne? Ja, ja. Okay. Ist dann nachgeladen. Du kannst schießen. Du musst keine Angst haben. Okay. Wir sind voll die scheiß Camper. Ja. Waschen bringt hier in dem Spiel aber nichts. Außer mit einer guten Waffe. Ich guck mal. Wo bleiben die? Guck du mal. Ich guck nach links, okay? Ja. 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 Die sind hier nicht. Pornos keiner. Steppst du? Keiner da? Ja. Was machen wir denn jetzt? Wir haben uns gesehen oder gehört, Alter. Wetten? Die warten jetzt darauf, dass wir waschen. Was machen wir denn jetzt? Weiß es nicht. Muss man hier hinten abschicken. Hier, ne? Ich komm mit. Ich decke andere Sicht. Entweder. Ah. Ah. Fuck. Ich wollte Blut eine Seite hauen, Mann. Ich hab. Ja. Was bist du? Ja, hier. Oh, scheiße. Außer sehen. B mit den Sichtwechseln. Ich wechselt mit V. Auf versehen, ja, Mann. Und da hab ich eine reingetreten. Ich war hier BVB und du sitzt mir eine rein. Richtig so, Alter. Du hast abgezogen. Äh, ich hatte eben 83. Okay. Boah. Die haben sich ausgelockt, wetten? Ja, weil die Schiss hatten. Oder auch nicht. Bist du da? Johnny. Ja, wo bist du denn? Ich vermute, die sind doch... Immer noch da? Ich vermute, die sind doch unten am 100 Pro. Meinst du, die sind unten? Lass mal von da abhauen. Komm, hier. Hier lang, wo ich bin. Kann man hier irgendwo raus? Nee, kann man nicht raus. Auch da. Die stehen immer noch hinten an den Türmen. Die sind hinten an den Türmen? Ja, die sind da gerade runtergelaufen. Da, den Berg hinten runter, wo wir gelootet eben haben. Ich sehe sie, ich sehe sie. Ich glaube, dass sie jetzt kommen, Alter. Johnny, sie kommen! Die kommen zu uns! Zwei Stück! Drei Stück! Johnny, sie kommen alle! Gib deine Position nicht preis, ja? Die kommen zu uns! Sie kommen direkt! Was ist da, sie kommen? Die kommen! Ich nehme hinten. Jo. Johnny, es geht los. Was ist klar, wo sind die reingelaufen? Hier vorne? Die müssen hier in den Hangar drin sein. Fuck, ich bin rausgeflogen! Nein. Wie tut sich nichts? Nein. Ich bin rausgeflogen! Nein. Ey, es hängt gerade alles. Ich sehe nur schon meinen Server. Hast du eine grüne Dings geworfen? Was? Nein! Das ist nicht meine. Ich bin raus! Hast du ein grünes Camlight geworfen? Ich bin in der Serverliste. Du bist alleine gerade. Ja, ich weiß! Ja, rein, join, bringt mir nichts. Ich habe gerade ping. Ja, dann schlage ich mich alleine durch. Kannst du auch ausloggen. Das wäre feige. Ich kann nichts dafür. Ich habe einen getroffen. Okay. Scheiße, sie bringen mich wahrscheinlich um. Ich muss raus. Ja, logge. Das hat so keinen Sinn. Das ist so scheiße, aber wir können so nicht kämpfen. Ich habe leck. Ich habe auch keine Fernkampfwaffe, weißt du? Naja. Du? Keine Fernkampfwaffe gehabt. Ich habe immer geschossen. Ich glaube, ich habe einen getroffen. Egal. Ich mache Cut. Ich mache die Fernkampfwaffe. Ich mache die Fernkampfwaffe. Ich mache die Fernkampfwaffe. Ich mache das Fernkampfwaffe. Ich mache das Fernkampfwaffe. Ich mache das Fernkampfwaffe. Vielen Dank.